Und einen ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, weil jetzt wieder die Mawasters online hier am Start heute mal wieder. So, ich setze mich mal erstmal richtig hin. Ja, jetzt sollte ich eigentlich mal vorher machen, bevor die Dings anfangen, die Aufnahme. Aber ist ja, äh, Wurst. So, ähm, neues Event ist gestartet. Wer ja wahrscheinlich schon wisst, ähm, gibbelt jetzt Argumon, Impmon und Gabumon und Ryodamon im Cashhop für jeweils einen Dollar. Ja, einen Dollar, einen Euro, irgendwie sowas. Ähm, ja, kann man ja zuschlagen, könnte man ja rein theoretisch zuschlagen. Aber, ich glaube, da muss ich mich noch ein wenig geduldigen. Äh, ja, obwohl es eigentlich richtig geil wäre, die zu holen, schon mal für Omegamon. Das werden wir uns auf jeden Fall holen, Omegamon. Ach, jetzt haben wir hier schon wieder alles voll. Ja, gib mal alles her. Ähm, so, da, von wem bekommen wir die Milch? Von Monzaemon. Ja, dann fühl uns doch mal bitte dahin. Okidoki. Einmal zu Monzaemon. Digi Aura wäre immer noch richtig nice, wenn wir das hätten. Haben wir aber nicht. Äh, ist noch was im Cashhop? Ups. Im Warehouse, so. Ne. Nur das Burst-Modus-Item für uns. Aber, das genügt ja erstmal. So, wir sind hier bei Monzaemon. Jawohl. So, dann hauen wir die erstmal weg hier, damit wir hier die Milch bekommen von denen. Damit wir auch, also, questen geht, glaube ich, also geht in die Demon Farm schnell. Also, das Questgebiet hat man eigentlich schnell rum. Und, ja, dann fehlt uns nur noch ein Teil und dann können wir auch schon nach Dingens gehen. Ja, wie heißt es nochmal? Dingens, Dingens. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, eure Finerie, genau. Aber, das Ruin-Historik. Oder, war doch Ruin-Historik, ne? Ja, das dauert lange, finde ich. Also, vom Questen her. Aber, ich denke mal, das schaffen wir auch ganz gut. So, nochmal hier, Monzaemon. Aber, irgendwie droppen die die Milch nie, ne? Oder, habe ich die hier irgendwie, dass ich dir die geben muss, ne? Oder, ich bin einfach zu blöd, um zu lesen. War noch Monzaemon, ne? Okay. Wenn nicht, dann nicht, dann, keine Ahnung, ey. Dann suchen wir mal von irgendjemand anders. Huhu, schreibt da. Hey, ach, der Hammer hat das schon. So, die erste Milk, ja. Die erste Milk. Komm, hier regt man hier die zweite auch noch rein. Ah, der O-C, wenn das ist, glaube ich, auch vorbei mit den Rabbids, ne? Oder, ich glaube, ja, ne? Schade eigentlich. Boom. Gehen wir nochmal eine Banane, weil, das wäre ja halt richtig nice gewesen. Vielleicht, das war noch ein Deal kriegen, oder so. Hätte ja sein können. So, einmal schön hier. Jawohl, da ist der zweite. Fehlen uns noch zwei. So, vielleicht kriegen wir jetzt was auf Thema Level. 20. Nein, natürlich nicht. Tja. Hätte man gedacht, ne? Oder? Doch. Man kriegt wirklich was. Oh, geil. Man kriegt was. Man kriegt was. Man kriegt Klone und so ein Zeugs. Oha, da gucken wir doch dann mal direkt. Boah. Jetzt auf einmal kommen sie alle, wa? So, und tschüss. So, dann gucken wir jetzt mal nach, was wir bekommen. Ich habe auf jeden Fall ein Archiv und so gesehen. So, gucken wir mal nach. Okay, Archiv. Drei Evos. Digi Aura sieben Tage. Jawohl. So, die Evos hole ich mal raus. Ja, die kann ich erst mal drunter lassen, würde ich sagen, oder? So, das Archiv können wir ja direkt benutzen. Die Digi Aura benutze ich jetzt auch. Und jetzt nochmal alles sortieren und jetzt geht's los. Boah, endlich. Egal, ne Digi Aura gekriegt für sieben Tage. Das hilft uns enorm. Das hilft uns richtig enorm. Damit wir endlich mal hier, ja, die DS sparen. Und halt nur für Monster Emon den ganzen Bullshit einsetzen müssen. Da ist das ja schon mal gut. Hier haben wir noch zwei davon, dann davon. Boah, ich habe schon wieder so viel. Jojo will mich in eine Party entweiten. Wer ist denn Jojo? Wer willst du? Achso, einer aus. Der Gilde. Hey, ho. Boah, jetzt muss ich wieder Bananen. Anlass an Schleppen, ey. Und nochmal F1 und dann hoffe ich doch mal jetzt, dass wir den jetzt bekommen, hier kommen. Nein, immer noch nicht. Boah, ey, das dauert ja jetzt echt schon lange. Und deswegen Home Arena hier, komm. Droppt jetzt mal den Bullshit. Bam, 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 bam. Komm, jetzt hau mal hier was raus. Hier, komm, jetzt gib mal hier den Scheiß Quest Item hier. Ich hätte gedacht, äh, das geht jetzt mal hier fix. Ey, war ja schon in Dingens so kacke. Wo waren wir denn nochmal? Ja, in Dingens. Ah, da ist es doch, jawohl. So. Ich mach mal Minimap auf. Sonst weiß ich nicht, wie ich lang muss. Das Gute ist, wir können endlich Mobile Travel bleiben, ohne dass wir uns zurückdigitieren müssen und so. Also schon mal richtig nice. Und die Rabbids sind, glaube ich, weg. Sonst wären bei Monster E-Mann wahrscheinlich welche gewesen. Schade, schade. Aber vielleicht kriegen wir ja mal irgendwann Erfolg, wenn wir alle Quests gemacht haben. Vielleicht Lust später zu leveln. Können wir machen. So, und dann nehme ich auch mal direkt wieder alles an hier. So. Bring me the milk. Ja, hier hast du die milk. Oh mein Gott. Brauchst du noch einen Evo? Ah, jetzt, wo man es sagt, wie viel habe ich denn jetzt hier? Da waren drei. Ich guck mal gerade eben, wie viel ich brauche. Acht, ne? Ach, jetzt kann ich gar nicht im Dingens gucken. Warte mal, ich hab drei und ich glaub nur einen im Dingens, ne? Vier. Ich brauch, ich brauch, glaube ich, hoppala. So. Klang in der Fehler. Ja, jetzt muss ich mal eben kurz hier ein bisschen was ändern. Boah, das ist aber so kacke, wie ich das hier hinstellen soll. Einfach mal hier unten, wie ich das immer mach, so. Willkommen, Drink zum Mutfriegimon. Okay. Das wäre nett. So, wer kriegt noch was? Ach, alle Mutfriegimons bekommen jetzt was. Okay. Und noch, und das hier, das Kleine. Das Kleine Mutfriegimon. So, dann haben wir das auch wieder fertig. Das ging ja jetzt rucki zuck. So, und der will direkt noch was hier, mein Gott. Ähm, piece of cards, hecke picture of Monster Emon Leader, Gartumon Leader, Monster Emon Leader. Ui, 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 Ui. Da haben wir die Fotokamera. Ich mach nochmal hier die hier auf. vielleicht kriegen wir noch was schicken combo und golden war na na okay dann würde ich sagen gehen wir doch mal gatumon okay die sind oben und dann gehen wir ach jetzt schreiben alle hier auf wir gehen einfach mal zurück wieder zu monstern immer noch 32 so wollen wir die monster es gibt doch noch witz ich muss die ekeln so gerade nicht mache später ok so weit sagt man kill monster immer naja die monster immer sollten wir alle killen einfach alles darauf betteln was hier geht eine christin war jetzt schon wieder fertig das geht also rucki zuck eigentlich so auf geht's soll ich später bei den fall island quests helfen ich würde ja gerne so normal level aber ich habe irgendwie bock quest zu machen ist aber nicht ich meine einfach drauf warum und vertraut warum ich schreibe mal in die gruppe wunder dich nicht wieso ich hier noch level ich triste barbam bampen los hau raus hier königsfaust keine trikot wieder hier mann 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 die kann ich halt mal wegschmeißen habe ich jetzt aufgesammelt wo ist er denn auch da na egal jetzt so die aber auch von wem wir werden die piece of cards von wem kriegen wir von zerbro man ok ich gehe jetzt erst mal nagatomon da müssen wir erst mal wieder ein stückchen laufen ein stück mir laufen ja diese sind ja nichts wert ne also 10 pc ja nur ja irgendwann haben wir ja eh selber da kann man ja für 3 euro oder sowas aufladen ne das ist ja für 5 euro oder so das ist ja easy peasy aber vielleicht kriegen wir ja ein gutes digi nochmal aus dem oster event das wäre ja auch nice das wäre ja auch nice aber bei unserem glück eigentlich haben wir ja immer glück ne so ist das ja nicht aber die zelbe rum und die klatschen wau easy um oder ist noch ein revit dat killen war natürlich und ich hab schon wieder steam nicht ausgemacht oh mann so gucken wir mal haben wir zwei skill points ja haben wir ich verstehe nicht warum seine mit der f1 und f2 so vertauscht ist ja irgendwie komisch aber jetzt mache ich die sogar noch nicht schlau kopf mhm wie viel haben wir zwei von vier ja jetzt haben wir die königsfaust oder eisfaust wo wort er war nun nochmal hier die ja level abkommt ist ziemlich ziemlich langsam also das ist scheiße aber hey wir machen quest oh hey ich könnte ja eigentlich was eigentlich cleverer wäre weil ich glaube ich auch mache im nächsten part ich mache die quest jetzt eben fertig und macht die später mit einem anderen die man also die quest mit serbrumann und gartumann mache ich jetzt fertig und dann gehen wir zur eu damit war ein stückchen weiter kommen die haben wir auch fertig dann kommen jetzt die gartumann gegen die gartumann so sind ja nicht mehr viele die wir killen müssen aber gartumann ist auch ein geiles die gemann hat habe ich ja auch mit gartumann wir klatschen die einfach weg ja das stimmt so dann mache ich nochmal eben den kaputt hau weg so dann haben wir den auch erledigt und dann würde ich sagen meine lieben freunde war es das für den part ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja gebt einen daumen hoch und ja wir sehen uns in der nächsten video Leute ciao